Heute Abend um 21.50 Uhr ist er zum ersten Mal zu sehen bei Vox, unser TV-Spot, den wir jetzt im Wahlkampf des Öfteren zeigen. Und es lohnt sich, den mal anzugucken. Aus zwei Gründen. Erstens, da kommen ganz normale Menschen zu Wort, die sagen, was sie bewegt. Und darum geht es uns in der gesamten Kampagne, das direkte Gespräch mit den Bürgern, die Themen, die ihnen unter den Nägeln brennen, in den Mittelpunkt zu stellen. Es war auch der explizite Wunsch von Peer Steinbrück, das genau so zu machen. Und zweitens, es ist einfach toll, wir haben das Rednerpult der SPD von den Parteitagen in ganz Deutschland hingestellt und man sieht, dass wir ein sehr schönes Land sind. Es braucht nur eine bessere Regierung. Also der Spot, Rednerpult des Volkes, heute Abend 21.50 Uhr bei Vox.